Ne, es ist standardmäßig auch Plus und Minus. Hast du da Whisper drauf? Ja. Ey, wie weit willst du denn noch rückwärts fahren? Ich auch. Voll problematisch, ne? Ja, es war so immer, ich war ja, wollte ja als Stempel fiel ich gerne an, äh, hier an den Dünger kochen wollte. Plus? Auch die ganze Zeit grüßt was. Drückt plus und dann müsste sich dein KM Haum einen erhöhen. Oh, hab ich jetzt den Fuck bekommen, Alter. Funktioniert aber nicht sofort. Erst nach 10 Minuten. Aber läuft, Niklas, ne? Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Ja, dauert trotzdem lange. Ja. Warte mal, wie macht man denn Strohhäckseln an? Ähm, mit J. Oh, die gehen da scheiße nicht hier rum. F1. Und J? Das vertraust du mir nicht. Ich hab schon. Ich vertraut dir nicht. Und ich muss, ich hab, bevor ich gefragt hab, hab ich nochmal geguckt. Guckt. Ich vertraut eh keiner. Niko fährt hier einfach so ne schöne Schleife. Ah, weil ich's kann. Boah. Ich freu mich, ich muss echt sagen, ich freu mich drauf, wenn Giants endliche Lenker drausbringt. Mhm. Holst du dir das dann? Das bestimmt. Das ist bestimmt eckig. Das ist bestimmt eckig. Das ist bestimmt eckig. Ne, die haben eine Konzeptzeichnung rausgebracht, ne? Verstehst du ihn nicht, oder? Das Ding hat einen richtigen Joystick dran für den Frontlader. Er versteht ihn nicht. Das war doch kein richtiger Sohn. Ich hab den Blitz verstanden. Dann hast du noch ein Synth-Schloss dran, damit du realistisch den Dreckharmung ausmalen kannst. Linker Hebel. Mit Zins-Schloss? Das find ich geil. Mit Zins-Schloss? Mit Zins-Schloss? 50%. Toll, ja. Da findest du kein anderes Lenkrad mit Zins-Schloss. Ja, aber Joystick, ey, da würd ich, ich glaub, da würd ich mir lieber ein Joystick kaufen und mein Lenkrad behalten. Ne, das ist was anderes heißt, so ein großes Puls, wo du so 20 Knöpfe und ein Joystick hast und so ein D-Rat und anderen Scheiß. Ja, Niklas, ich hab dir die Konzeptzeichnung schon gesehen. Ach so. Ja, gut. Dieses blaue Teil, oder bläuliche Lenkrad. Ich kann 17 kmh fahren. Weil, ich fand nicht schlecht. Ja, klar, ist nicht schlecht. Wie schnell fährst du? Äh, 8 kmh. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich fahr einfach mal fast 10 mehr, 10 schneller als du. Ach, dann, ach, 6%. Oh, Alter, das ist nebelig. Ja, geil. Schlimm. Spricht an. Ach so, weißt du, wieso es... Hast du dein Num-Pad deaktiviert gehabt? Ein Fall! Da lang. Und drück nicht wie ein Bekloppt auf, äh, Num drauf. Äh, auf Plus. Da hat jemand seinen Traktor ausgemacht. Das macht so schön, Spufe, Spufe. Wer hat seinen Traktor ausgemacht? Ich hab ihn versucht anzumachen. Hä? Jetzt hast du ihn ausgemacht. Ne, er kriegt ihn nicht an. Niko, da drauf hab ich meine Mute-Taste gelegt. Sollte ich vielleicht mal umlegen, meine Mute-Taste. Mute-Taste. Kannst du ruhig da lassen. Drück ruhig drauf. Ja, aber ich hab immer Sternchen gedrückt. Jetzt funktioniert's bei mir auch. Ist gar nicht schlimm, dass du das sagst. War direkt hinter mir. Ich hab einen Doppelanhänger drin. Ja, ich musste auch erstmal. War jetzt schon hinter mir. Ich musste eine halbe Stunde rumrangieren. Und nicht rammen. Ja, ich kann das. Boah, Alter, die Leuchtung ist geil. Schön eine Lichter an, die hat. Ist das echt Licht an, Junge? Bei mir ist es zach hell, Alter. Ja, es war grad eben so nämlich. Ach so. Sag das doch. Äh, Timo? Hä? Ja. Irgendeiner ist gleich voll. Ja. Ich noch nicht. Ich hab noch ein bisschen. Ich kann das. Wie war das nochmal hier? Ich hab noch ein bisschen. Er beschleunigt so. Guck, sag mal, wie viel du noch hast. Junge, Junge, Junge. Ja, warte. Ich will einfach hier abtanken, ey. Ist wieder ein Bild für die Götter. Bei mir Dröscher hinterher. Oh ja, noch 84. Also 84% ist da drin. Aber das ist gut, dass ich schneller bin. Bei mir. Mach mal ein Stück zurück, Alter. Ja. Ja, warte mal. Ich hab den Mut raus. Ja, läuft. Ja, ich hatte nur oben drin gesehen, irgendwas mit 90%. Ja, das sind die beiden Co. Äh. Ne, Chaoten da. Ja, ist ein bisschen scheiß, dass sich das so übereinander legt. Ja. Ist halt nicht Moralistik, ne? Da wäre das untereinander und hätte einen Rahmen. Weiß, das ist echt schlimm, Alter. Leute, spielt nicht Moralistik, ey. Ihr wollt danach nicht mehr normal spielen. Oh, der freut euch nur noch auf LS15, weil ihr hofft, dass das alles da drin ist. Ist es ja sogar, ne? Ach, du hast GameStar noch nicht gesehen, ne? Mach ich gleich. Ja. Er ist, äh, im Berg hochgefahren mit nem Anhänger und der Trecker wurde diesmal auch realistisch langsamer und hat dann auch gesagt, dass wenn er halt voll ist, dass er dann noch langsamer wird. Nur mit Allrad und so weiß ich jetzt nicht. Blinker weiß ich. Blinker sind drin. Äh. Ja, ja, das weiß ich ja. Blinker, das ist mir, ja gut. Für Multiplayer vielleicht ganz nett. Äh, und für Warenblinklicht, das macht bestimmt auch Fun, den da einfach so hinzustellen. Aber dass man die, dass man so ein, hier wie dieser Zündmod, ich glaub, das haben sie nicht drin. Das wär aber so als kleiner Gag nebenbei, dass du so sagen kannst, wenn du halt die Map erstellst, also wenn du sagst, also den Spielstand machst, dass du dann sagst, ja ich möchte das so haben, dass man die Trecker anmachen muss. Das wär doch geil, oder? Ja. Aber es würde auch so richtig, so richtig unnötig, ne? Die haben da einen Button reingemacht, Mods runterladen, wenn du draufklickst, kommst da, wenn du die Homepage wieder extra runterladen musst. Ja, das, äh, gut, das ist egal. Aber, das könnte man, das mit dem Zündungsmod, Erzündungsding könnte man auch mit Mod machen, ja klar, aber so wär's schon cooler. Aber, weißt du, worüber ich mich gefreut hab? Die Spuren, das ist, das ist halt das Geile. In einem Video, ne, hat da einer gesagt, ja, ähm, Weizen und die ganzen Texturen von den, äh, Fruchtsorten sind jetzt schon die gleichen wie in LS13, aber das Spiel ist noch nicht fertig und die werden noch verändert. Hä? Die, die ganzen Sachen, die ganzen Texturen waren noch auf LS13, aber die werden noch verbessert, weil das Spiel noch nicht fertig ist. Die Texturen waren noch in der Gamescom-Version gar nicht da. Und die Texturen vom Weizen und so waren in der Gamescom-Version da. Okay, ja, aber von... Ja, die haben sich hauptsächlich um die Sachen gekümmert, wo sie sich drum kümmern müssen, um die Engine, dass die Fahrzeuge dreckig werden, Blinker, wer weiß, was die noch haben. Ich meine, was wollen die an Tieren mehr machen? Die können eigentlich nichts mehr machen an Tieren. Wenn der Holzfällermord richtig gut umgesetzt da drin ist, geil. Ja, stimmt, das auch zum Beispiel. Ich denke mal, das größte Feature, das wird es gewesen sein, also, da werden vielleicht noch Kleinigkeiten kommen, aber viel mehr wird da nicht sein. Ich denke mal, das größte ist dieser Holzfäller, dieses Holzfäller-Gedöns und dann halt, äh, hier, was noch, dass die dreckig werden, die Fahrzeuge und die Engine. Das wird somit das größte sein. Und halt natürlich die neuen Fahrzeuge, ne? Mehr wird da... Oder was meinst du, Niklas? Ja. Weil eine neue, also, noch eine Tierart einfügen, also, machen sie nicht, glaube ich nicht. Weil, was wollen sie da noch einfügen? Ich meine, alle anderen Tiere schlachtest du ja und das wollen sie ja nicht darstellen. Ich mach grad ein Stück vom anderen Feld weg, ne? Niklas? 5000. Ne, ist mein Feld. Das Feld gehört jetzt auch. Otto. Deswegen hab ich das ja auch laut gesagt. So, ähm, was könnten die denn noch für Tiere reinmachen? Weil, Schweine ist ja nicht, die wollen ja nicht, äh, darstellen, dass irgendwelche Tiere sterben. Die wollen ja nur die schönen Dinge der Landwirtschaft zeigen. Tiere in der Landwirtschaft sterben, ey. Wer sagt denn sowas? Dein Hund wär ja unnütz, da kannst du ja nichts mitmachen. Der würde aufm Hof rumlaufen, wär ganz nett, aber mehr auch nicht. Vielleicht kannst du eine Tracke um den Tracker reinsetzen, dann fährt er ja immer mit. Das wär cool. Für Menschen, die immer einsam sind, ne? Genau. Tch. Na dann. Ey, gleich spielt nur Landwirtschaft wegen deinem Hund. Ja, klar. Da hinten tuckelt der langsame. Alter, ich überrunde dich bald. Ey, ich fahr 10 km a. Junge, alter Gangster. Du kannst, du kannst bis zu 17 fassen. Zwischen 16 und 17. Wenn bei dir das Schild immer aufblinkt, würd du nur in der zweiten Stufe fahren, dann musst du kleiner schalten. Ja. Du könntest dann mal runterfahren zu Feld 80, das muss nur gerobbert werden. Ach ja, genau. Aber du passt, ach. Ja. Okay, mach ich. So. Dann ist das Feld jetzt fertig. Okay, dann kannst du das andere auf... Oh ja, komm mit. Kannst du mitkommen? Nee, komm mit zu Feld 80. Da hab ich auch schon den, äh... Anderen Seemarschen zu sehen. Ach fuck, jetzt fahr ich nen Umweg, ne? Müssen wir mal gucken. Wenn wir mal schön auf den Straßen fahren. Das war halt der Scheiß denn jetzt. Ich hasse dich, Landwirtschaft. Du mein Auto. Warum, was ist denn? Warte bitte, bevor du abtankst. Ich hab nur 14 Prozent. Ne? Ich hatte die Maschine schon oben. Dann fahr ich gleich wieder in meine Reihe rein. Der erkennt ja nicht, ob sie oben ist oder unten. Sagt mir dann, darf nicht schneller als Stufe 2 fahren. Wenn sie geradeaus machen, dann fliegt sie weg. Was fliegt weg? Achso, die Seelmaschine. Achso, die Seelmaschine, ja. Aber sie ist unbescheiden.